So, mitmachen, Ladies and Gentlemen, treten Sie ran, treten Sie näher, kommen Sie her, jedes Los gewinnt, keine Nieten, meine Freunde, Ladies and Gentlemen, es gibt keine Niete. Was ist mit der Dame da drüben? Sie wollen den Tiger, kein Problem, kaufen Sie 10 Lose zum Preis von 11 und Sie bekommen möglicherweise den Tiger. So, und damit einen wunderhübschesten, schönen guten Tag zusammen, ihr Lieben. Ich grüße euch, schön, dass ihr da seid, einen wunderhübschen, da kriege ich direkt ein WhatsApp, alles klar, ja moin. Es gibt wirklich Kirmes Simulator, ne, ich hab das, ihr habt das irgendwo gesehen, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Es ist Kirmes, Kirmes, VR Theme Park Rides. Nein, oder? Gibt für alles einen Simulator. So, Ladies and Gentlemen, ziehen Sie die Gurte noch einmal fest und dann geht es bei der Abfahrt. Boah, ist das dumm, ist das unglaublich dumm, es ist so dumm. Ach, warte mal, das ist ein Add-Own, ich brauche erst das hier. Es geht los, wir schließen die Bügel nach unten. Ich kaufe das, ich kaufe das, ich kaufe diese gottverfickte Scheiße, Alter. Aber das ist aber, das ist aber so in meinem Warenkorb, Alter. Das ist so in meinem Warenkorb. Wirklich, Verständnis für jeden Simulator auf der Welt, für jeden, wirklich, Freunde. Aber, du sprichst verfickt nochmal mit dir selber, ne? Und machst Kirmes-Ansagen auf einen fucking virtuellen Rummel. Ja, schönen guten Tag, was verkaufst du? Äh, ich hätte, achso, Dosen werfen. Äh, darf ich einmal? Nein, darf ich nicht, okay, alles klar. Was gibt's hier, leckeres Pizza? Ich hätte gerne ein Stück Salami, bitte. Ein Stück Salami, bitte! Mit Peperoni! Nevermind, alles klar. Oh, Bruder. Du machst deinen Job aber falsch, du bist viel zu stumm, pass mal auf. So, mitmachen, Ladies and Gentlemen. Treten Sie ran, treten Sie näher, kommen Sie her. Jedes Los gewinnt keine Nieten, meine Freunde. Ladies and Gentlemen, es gibt keine Niete. Was ist mit der Dame da drüben? Sie wollen den Tiger, kein Problem. Kaufen Sie 10 Lose zum Preis von 11 und Sie bekommen möglicherweise den Tiger. Mitmachen, rantreten, jetzt sofort den Tiger gewinnen. Ne, hier gibt's hier, Schulung, kein Problem. Äh, Bratwurststand, alles klar. Wo kann ich, guck mal, kann ich hier arbeiten gehen oder was? Geschäftssteuern. Ja, aber ich hab ja gar keine Gäste. Ich hab keine Gäste. So, dann wollen wir das Ding mal hier in Schwung bringen. Schwung. Ok, 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 jetzt sind wir euch bereit. Mit Vorsicht an der Bahn, wir erlangen eine neue Reise. Alright, let's go, let's go. Ich schwöre, das kann ich besser. Ich schwöre, das kann ich besser. Ich bin, ich bin nämlich der geborene Kürmustyp. So. Alright. Let's go. Let's go. So, warte mal. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. Da kommt einer! Komm ran hier! Einsteigen in mein Karussell jetzt! So, zwei Leute sitzen schon. Es geht gleich los. Setzen Sie sich. Wir warten noch auf weitere Gäste. Sie können sich schon mal hinsetzen in die Herrschaften dahinten. Sonst geht der Alarm ja an, wenn Sie sich nicht setzen lassen. Das ist nämlich gefährlich. So, passt mal auf, ich mache euch die Karten hier für die Hälfte heute. Nur 7 Franken 50. Job ist super langweilig, wenn sich das hier nicht langsam fühlt. Ja, so, voll den Bums. Party! So, ich hoffe, wir sind ein bisschen aufgeregt. Es ist so dumm! Es ist so dumm! Und ab, los geht's los! Wir schaffen langsam, aber es wird gleich schneller. So, die Dame ganz außen. Ich sehe, dass sie nicht schlecht wird, ne? Nicht in das Karussell kotzen. So, drei Runden noch! Bis zum Überschlag! Ihr müsst euch aber folgendes Szenario vorstellen, Chad. Dieses Game ist ja nicht dafür gemacht, damit das irgendein Vollidiot, wie ich, streamt. Sondern, da wird irgendwo da draußen, irgendwo da draußen, wird einer hinter seinem Computer sitzen. Mit seinem Headset. Auf, ja? Und wird's... Hey, Kami-Katze, herzlich willkommen im Chat! Nimm doch einfach Platz in unserem Karussell, ne? Dann kannst du nämlich eine Runde mitfahren! So, eine Runde für Kami-Katze! Wir lassen uns jetzt halt einfach für immer fahren, ne? Oh, 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 oh! So, dann überlegen wir mal das Fahrgeschäft! Kann mal hier jemand einsteigen, bitte? Einsteigen, mitfahren, ich mach die Tickets günstiger. 7.50 Franken die Fahrt. Ah, da sitzt einer. Alles da, mitzufahren? Möchtest du fahren? Ganz alleine, der Herr da vorne. Wollen Sie ganz alleine? Tatsächlich? Ja, ist überhaupt gar kein Problem. Das machen wir. Wir starten. So, machen wir noch ein bisschen anständige Musik. Auch passend hier zu dem Karussell. Alter, das ist die größte Scheiße an Videospielen. Je, 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 jemals gemacht. Hey, no love, like a real love, but it goes so fast. All tied up, like a captain. I want you, used to pay to my mind, like, sending on rainbows, blame you cool.